Ein großer Schritt für einen kleinen Eisbären. Im Tierpark Berlin unternimmt das dreieinhalb Monate alte Jungtier den ersten Ausflug ins Freigehege. Das noch namenlose Eisbärenmädchen hat die letzten Monate in einer engen Wurfhöhle verbracht, wie es auch in der Natur üblich ist. Dicht an der Seite von Mutter Tonja unternimmt die Kleine die ersten Schwimmversuche. Eisbären können von Geburt an schwimmen. Bei der letzten Untersuchung vor dem Freigang erwies sich das Jungtier als äußerst wehrhaft. Jetzt am Dienstag hatten wir die zweite tierärztliche Untersuchung, da konnten wir das Jungtier gar nicht mehr wiegen, weil es schon so agil war und so viel rumgehobselt ist, dass wir es gar nicht auf der Waage ruhig halten konnten. Also es entwickelt sich hervorragend und wir sind sehr zufrieden. Mama Tonja wiederum kümmert sich aufopferungsvoll um die Kleine und hilft beim Ausstieg aus dem Wasserbecken. Das Jungtier darf künftig jeden Tag auf die Außenanlage, aber immer nur für einige Stunden, um es nicht zu überfordern. cutsen dinsenig. Die Karte schreit vom Anbieter und die Anbieter aus dem Wasserbecken ist auch noch nie, sie sind sehr bekanter im Karte. Und die Karte schreit vom Wörter aus dem Wasserbecken gibt es immer noch an Sieg. Und die Karte ist auch da. Untertitelung des ZDF, 2020